Entscheidungen können echt stressig sein und als Projektleiter für Grossbau-Projekte weiss ich, wovon ich spreche. Und um es dir ab heute etwas leichter zu machen, zeige ich dir, wie du wertvolle Entscheidungen in Zukunft ganz entspannt triffst. Neulich an einer Party. Ich stehe da mit einem Glas Weisswein und einem Snack in der Hand, schau mich um und denk mir, scheiße. Kennst du das, diese Partys, wo du erst gar nicht hingehen wolltest, weil du niemanden kennst, dann aber doch hingehst? Es gibt zwei Möglichkeiten, wie so ein Abend ablaufen kann. Erste Möglichkeit, du hast einen richtig geilen Abend. Du lernst total interessante Leute kennen, du hast viel Spass, knüpfst neue Kontakte und du hast auch noch genau das passende Geschenk für die Gastgeberin dabei. Zweite Möglichkeit, dein Abend wird richtig langweilig. Du hast überhaupt keine Gemeinsamkeiten mit den anderen Personen und dein Geschenk ist in etwa so gut angekommen, wie Bahnpassagiere der Deutschen Bahn beim letzten Lokführerstreik. Nämlich gar nicht. Ich bin also an dieser Party und frage mich, wie lange man eigentlich bleiben muss, bis es nicht mehr unhöflich ist zu gehen. Mein Blick wandert zu den Weinflaschen und ich beginne sie langsam zu zählen. Gleichzeitig frage ich mich aber, warum es im Zeitalter der Geld-Zurück-Garantie eigentlich keine Lebenszeit-Zurück-Garantie gibt. Das wäre doch mal was. Und dann habe ich mich entschieden, wieder zu gehen. Und ich bin wieder gegangen, nach 20 Minuten. Und das hat sich gut angefühlt. Früher konnte ich das nicht. Früher habe ich mich gefragt, soll ich gehen? Nein, das wäre unhöflich. Bleibe ich, dann wird es für mich langweilig. Aber was soll's? Hauptsache, es ist niemand sauer auf mich. Entscheidungen können echt stressig sein. Und als Projektleiter für Grossbau-Projekte weiss ich, wovon ich spreche. Mein Alltag besteht praktisch aus Entscheidungen. Und als wäre das nicht genug, gibt es ja auch im Privatleben noch genügend zu entscheiden. Bestimmt geht es dir ähnlich. Und um es dir ab heute etwas leichter zu machen, zeige ich dir, wie du wertvolle Entscheidungen in Zukunft ganz entspannt triffst. Du wünschst dir wahrscheinlich eine Art Kompass, der dir stets den richtigen Weg zeigt. Genau den gibt es. Und in den kommenden 15 Minuten zeige ich dir, wo du ihn findest und wie du ihn benutzt. Ich bin zwölf Jahre alt, als ich in der Schule in eine neue Klasse eintrete. Für mich ist alles neu unbekannt und ich kenne keines der anderen Kinder. Ich merke aber schnell, dass ich nicht so recht in diese Gemeinschaft passe. Ich gehöre weder zu den Fleissigen noch zu den Coolen. Und es beginnt eine schwierige Zeit für mich. Ich lerne viel über Menschen, über die Stärke von Gruppen, die Schwäche des Einzelnen, über kommunikative Gewalt und auch über Ausgrenzung. Zum Beispiel werde ich im Sportunterricht immer als letztes gewählt, obwohl ich eigentlich ganz sportlich bin. Es gibt aber etwas, was mich unglaublich stark macht in dieser Zeit. Die bedingungslose Liebe meiner Eltern. Seit ich mich erinnern kann, geben sie mir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Sie bestärken mich in allem, was ich tue und sie stehen immer zu 100% hinter mir. So komme ich gut durch diese schwierige Zeit, denn ich fühle, dass ich okay bin. Zwei Jahre später kommt ein neuer Junge in unsere Klasse und wir verstehen uns auf Anhieb sehr gut. Ich lerne, was wahre Freundschaft bedeutet. In dieser Zeit, als ich zwischen 12 und 15 Jahren alt war, habe ich einige Überzeugungen tief in meinem Unterbewusstsein verankert. Ich bin okay, wie ich bin und andere sind okay, wie sie sind. Menschen auszugrenzen ist unfair. Jemanden an seiner Seite zu haben ist unbezahlbar. Warum erzähle ich dir das? Es ist so, dass es in unserem Gehirn gibt es einen Bereich, der für das bewusste Denken zuständig ist und einen Bereich, der unterbewusst agiert. Dieser unterbewusste Bereich steuert unsere Organe, er sorgt dafür, dass das Herz schlägt, die Verdauung funktioniert. Auch unsere Überzeugungen befinden sich da, im Unterbewusstsein. Genauer gesagt im limbischen System. Und das Spannende am limbischen System ist, dass es bereits vor der Geburt beginnt, Eindrücke aufzunehmen. Ist das nicht Wahnsinn? Wir kommen bereits mit Prägungen zur Welt. Und alles, was ab dann geschieht, hat Einfluss auf unser Wesen, auf unsere Entwicklung und eben auf unsere Überzeugungen. Das heisst, auch du hast in deinem Leben schon eine Menge Überzeugungen in deinem Unterbewusstsein verankert. Was hat das jetzt aber mit unserem Entscheidungskompass zu tun? Hast du schon mal den Kompass auf deinem Handy geöffnet? Dann kommt die Meldung, dass du den erst kalibrieren musst, bevor du den benutzen kannst. Dann stehst du total bescheuert da mit deinem Handy in der Hand und musst damit irgendwelche Kreise in die Luft zeichnen, um den einzustellen. Mach das mal in der Öffentlichkeit. Ich garantiere dir, die Blicke der Leute um dich sind unbezahlbar. Genau wie bei deinem Handy musst du auch deinen Entscheidungskompass erst richtig einstellen, bevor du den benutzen kannst. Dafür musst du nicht irgendwelche Kreise gehen. Dafür musst du nur deine Überzeugungen aus deinem Unterbewusstsein in dein Bewusstsein bringen und sie so zu deinen Werten machen. Und dies kannst du tun, indem du dich fragst, auf welche Themen oder Schlagworte du emotional reagierst und dir dann überlegst, welche Geschichte aus deiner Vergangenheit dafür verantwortlich ist. Ich zum Beispiel habe meine Überzeugung, dass ich okay bin und andere okay sind, als den Wert Respekt in meinem Bewusstsein verankert. Die Überzeugung, dass es unfair ist, Menschen auszugrenzen, als den Wert Fairness. Und die Überzeugung, dass es unbezahlbar ist, jemanden an seiner Seite zu haben, als den Wert Loyalität. Wenn du eine Entscheidung triffst, die sich irgendwie gut anfühlt, du aber nicht genau weisst, warum, dann entspricht die Entscheidung deinen Überzeugungen in deinem Unterbewusstsein. Wenn du jetzt also deine Überzeugungen in dein Bewusstsein bringst, dann kannst du in Zukunft immer Entscheidungen treffen, die sich gut anfühlen. Und genau da, in deinen bewussten Werten, befindet sich dein Kompass. Und je stärker du dir deiner Werte bewusst bist, desto stärker ist auch dein Kompass. Was also sind deine Überzeugungen? Was sind deine Geschichten dazu? Und was sind deine Werte? Joanne K. Rowling, die Autorin der Harry Potter Serie, hat mal gesagt, es sind nicht unsere Fähigkeiten, sondern unsere Entscheidungen, die uns zu dem machen, was wir wirklich sind. Den Satz kann man aber auch umdrehen, wenn du weisst, wer du bist, weisst du auch, wie du entscheidest. Wenn du dir deine Werte jetzt also bewusst gemacht hast, wie kannst du deinen Kompass dann jetzt benutzen? Oft werden wir von gesellschaftlichen Vorgaben, Normen und Werten zur Entscheidung gedrängt, die eigentlich gar nicht unserem Wesen entsprechen. Zum Beispiel, wenn Eltern zu ihren Kindern sagen, studiere Medizin, dann hast du eine gute Zukunft. Klar, im Grundsatz ist es nachvollziehbar. Überzeugung dahinter, Studium und Anstrengung führen zum Erfolg. Das aber ist die Überzeugung der Eltern, nicht die des Kindes. Und ich sage dir was über gesellschaftliche Werte und Vorgaben. Vor langer Zeit haben sich unsere Vorfahren über ein paar Grundregeln des Zusammenlebens geeinigt. Viele dieser Einigungen finden sich heute in Gesetzen, auch in ungeschriebenen Gesetzen, wie zum Beispiel, dass man anständig ist miteinander. Es gibt aber auch Bereiche, wo diese gesellschaftlichen Werten und Vorgaben nichts zu suchen haben. In der Art und Weise, wie du dein Leben verbringst. Wen du liebst, wer deine Freunde sind, was deine Hobbys sind und schon gar nicht, wer du in Zukunft sein kannst. Ist das egoistisch? Müssen wir unsere Entscheidungen nicht der Gesellschaft anpassen, damit die Gemeinschaft funktioniert? Selbst wenn das so wäre, hast du dir die Gesellschaft mal genau angeschaut. Gesetze zum Beispiel werden ja nicht mit 80% zu 20% angenommen oder abgelehnt, sondern sehr oft steht es praktisch 50 zu 50. Früher wollte auch ich es allen recht machen. Doch irgendwann habe ich erkannt, dass egal wie ich entscheide, ich es nicht allen recht machen kann, sondern eben nur plus minus der Hälfte. Und eines Tages habe ich mir vorgenommen, nur noch Entscheidungen zu treffen, die für mich richtig sind. Denn wenn sie sowieso der Hälfte gefallen und der Hälfte nicht, dann sind es wenigstens die Hälfte plus ich. Und dann ist es ja die Mehrheit. Und ab diesem Moment, als ich das umgesetzt hatte, hatte ich ein wunderschönes Gefühl in mir. Es geht also darum, dass du Entscheidungen nach deinen ganz persönlichen Werten triffst. Und genau das tut Ivan Fernandes. Ivan Fernandes ist ein spanischer Langstreckenläufer. Und bei einem Langstreckenrennen in Navarra ist er kurz vor dem Ziel an zweiter Stelle. Plötzlich sieht er, dass der erstplatzierte, Abel Mutay, kurz vor der Ziellinie steht, weil dieser denkt, er sei bereits über die Ziellinie gelaufen. Das war so schlecht signalisiert. Fernandes realisiert, was geschieht und ruft Abel Mutay zu, dass er weiter rennen muss. Aber der ist aus Kenia, der versteht ihn nicht. Und was macht Ivan Fernandes? Er rennt nicht vorbei. Nein. Ivan Fernandes verlangsamt und schiebt dann Abel Mutay vor sich über die offizielle Ziellinie, damit dieser das Rennen gewinnt. Natürlich fragen ihn anschließend die Journalisten, warum haben sie das gemacht? Und Fernandes sagt, Mutay ist der rechtmäßige Gewinner. Er hatte einen Vorsprung, den ich ohne seinen Fehler nicht hätte aufholen können. Die Journalisten haken nach und fragen, ja, aber sie hätten dieses wichtige Rennen gewinnen können. Und da sagt Fernandes, ja, das hätte ich. Aber welche Ehre wäre dann in dieser Medaille? Ehre ist für Ivan Fernandes ein hoher Wert und deshalb hat er sich entschieden, das Rennen nicht zu gewinnen. Diese Entscheidung ist für Ivan Fernandes die richtige Entscheidung und eine Entscheidung, die er nicht bereut. Und genau darum geht es auch bei unserem Kompass. Wenn wir Entscheidungen nach unseren ganz persönlichen Werten treffen, dann bereuen wir diese nicht. Die Welt verändert sich aber auch und auch wir sind dauernd im Wandel. So werden im Laufe der Zeit einige Überzeugungen und Werte stärker, andere schwächer. Unser Kompass kann uns heute in die eine und morgen in die andere Richtung führen. Solange es sich für dich im Moment der Entscheidung richtig anfühlt, ist die Entscheidung gut. Ich finde, unser Leben ist wie ein Wanderweg mit vielen Weggabelungen. Und immer wenn ich einen Weg gehe, dann kann ich keinen der anderen Wege gehen. Und so kann ich ja auch nichts bereuen, denn ich bin die anderen Wege nicht gegangen. Und das haben Entscheidungen an sich. Immer wenn wir uns für einen Weg entscheiden, dann werden wir niemals herausfinden, wohin uns all die anderen Wege geführt hätten. Und das ist auch gut so, denn nur so kommen wir vorwärts. Was wir aber jederzeit tun können, ist an der nächsten Weggabelung wieder einen Weg zu wählen, der in eine andere Richtung führt. Das ist völlig in Ordnung, das heisst nicht, dass unsere Entscheidung falsch war. Wir können dem Kompass immer vertrauen, denn es gibt grundsätzlich keine falschen Entscheidungen. Nelson Mandela hat gesagt, ich gewinne oder ich lerne. Ja, wir haben Angst vor dem Scheitern, aber wie Mandela sagt, können wir aus dem Scheitern enorm viel lernen und vor allem können wir uns selbst besser kennenlernen. Und das macht unseren Kompass ja wieder stärker. Ich sage immer, ich bin noch nicht oft genug gescheitert, um mich selbst gut genug zu kennen. Und glaub mir, auch ich bin schon oft gescheitert. Aber mit dieser Einstellung freue ich mich, wenn ich ab und zu scheitere, denn ich weiss, dass ich mich jetzt wieder etwas besser kennenlernen darf. Und manchmal haben wir auch das Gefühl, uns gar nicht entscheiden zu können oder zu wollen. Doch auch nicht zu entscheiden ist eine Entscheidung. Und was passieren kann, wenn du dich dafür entscheidest, eben nicht zu entscheiden, dafür würde ich dich gerne auf eine kurze Reise mitnehmen und ich bitte dich dafür, deine Augen zu schliessen. Stell dir eine Waldlichtung vor. Du sitzt da auf einer Bank auf dieser Waldlichtung und vor dir gabelt sich der Weg. Die Abendsonne scheint sanft durch die Bäume und du spürst die Wärme der Sonnenstrahlen auf deiner Haut. Du hörst die Vögel zwitschern, du atmest ein und du riechst die Kiefern und die Waldkräuter, die dich umgeben. Du weisst nicht mehr, wie lange du da schon sitzt, aber neben dir sitzt eine alte Frau und es sieht aus, als würde sie schon sehr, sehr lange da sitzen. Du schaust ihr in die Augen und sie beginnt dir zu erzählen. Ich kam hierher, als ich jung war und ich konnte mich nicht entscheiden, welchen Weg ich gehen soll. Da habe ich mich hier auf diese Bank gesetzt. Immer wieder bin ich aufgestanden, da ich mich für einen Weg entschieden hatte. Doch immer als ich losgehen wollte, hatte ich Angst, dass es der falsche Weg sein könnte und da setzte ich mich immer wieder hin. Eines Tages habe ich all meinen Mut zusammengenommen. Ich habe mich für einen Weg entschieden und beschlossen, egal wie steinig der Weg werden würde oder welche Umstände mich erwarten, dieses Mal würde ich losgehen. Doch als ich aufstehen wollte, merkte ich, dass ich zu alt geworden bin und meine Beine mich nicht mehr tragen. Atme jetzt nochmal tief ein und öffne dann deine Augen. In der Geschichte sitzt du neben dieser Frau auf der gleichen Bank. Was hat das zu bedeuten? Gabelt sich auch dein Weg und du kannst dich nicht entscheiden, welchen du nehmen sollst? Stellst auch du dir manchmal vor, wie du einen Weg gehst, aber du gehst nicht los, weil du Angst hast, dass es der falsche Weg sein könnte? Die einzige Entscheidung, die du in deinem Leben bereuen wirst, ist die, dich nicht für dich entschieden zu haben, nicht genügend Mut gehabt zu haben, um dein Leben so zu leben, wie du es möchtest und nicht genügend Zeit mit den Menschen verbracht zu haben, die dich lieben, wie du wirklich bist und die du liebst, wie sie wirklich sind. Du kannst dich jetzt dafür entscheiden, von der Bank aufzustehen und einen der Wege zu gehen. Und egal, wie sich das in deinem Kopf anfühlt, ob du Angst hast oder vieles ungewiss ist, hab Mut und geh los. Nur du weisst, was sich in dir richtig anfühlt. Nur du kannst deinen Kompass lesen. Wenn es dich zieht, dann geh und vertraue darauf, dass es richtig ist. Du kannst zu einer Party gehen und du kannst sie jederzeit wieder verlassen. Das ist deine Freiheit. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.